Ich nehme jetzt nicht die Sprachbox. Ich habe keine Bock auf die Sprachbox. Ich nehme die Sprachbox. Dann nehme ich mal das EMF. So. Was will Lisa mitnehmen? Fingerdrücke. Und jetzt kommt das Ding. Wenn du allein bist, dann gehe ich mal los. Gut. Dankeschön. Are you here? Are you here? Where are you? Are you here? Are you here? Where are you? Uh… Where are you? from? Hello? Are you here? 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 Okay. Are you here? Are you here? Are you there? Are you here? Where do you hear? Well, go over. Are you here? I'm here. What is here? You're here. Are you here? Are you here? Wer bist du hier? Bist du hier? Hörst du das? Hier ist es am kältesten Hier um Flo Warte, wir gehen mal raus Are you here? Türen, weiß ich nicht Der stahl die ganze Zeit mit irgendwelchen Türen? Aber welcher? Hast du das EMF-Ding-Gerät, Jane? Das hab ich draußen Vor picture Ach so Stell ich das mal hier hin, bloß Are you here? Are you here? Er wirft sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Gegenständen Oh, ich seh den Gegenständen Oh, nicht hier Oben Komm mit Hier haben wir zwei ja bloß Aber hier Hier vorne sind es vier Drei, zwei Hier sind jetzt vier Hier sind jetzt vier Ja Draw picture Wir sind alle bei 70, 80%, also 80%, 80%, 79% Versuchst du mal nochmal hier oben Quatschi zu machen? Da müsste man auch weggehen Da müsste man auch bestimmt rausgehen Rausgehen? Warte, da geh ich ganz raus Weil ich hab das Gefühl, dass wir das irgendwie alles zusammengefühlt Ja, das ist ganz kurios Are you here? Are you here? Nichts Draw picture Wie gesagt, hier unten ist es am kältesten 5 Grad Ich glaube, da wird irgendetwas hier rumgemerkt Direkt hier in dem Gang Ja, direkt hier vorne Hier habe ich einen Zweier-Ausschlag Das Gerät morgenböre Ja Draw picture Ich muss mal nach oben gucken Ne, das ist die Geister oben Das Glas Dingsbums Das hat Lisa Die Tür wieder zugemacht Oder habt ihr hier oben die Tür wieder zugemacht? Nein Nein Willst du das Glas Ding mal haben, oder? Ja Keine Ahnung Da ist jetzt noch nichts damit gefunden Wir gehen auf die Gefriertemperatur zu Das ging doch mal gut Oder gib mal das Das Geräge her Gefriertemperatur Ach da Ach da Hier Hier Eben Beweis Eben Beweis Und EMF5 Und EMF5 Und EMF5 Ich guck nochmal nach der EMF5 Äh, nach der Dings Safety Safety first Wir sind bei 70% Und EMF5 Und EMF5 Und EMF5 Und EMF5 Dem Siehst du wirklich Du musst in dem Raum sein Ja Normal Normal Da Da Wo? Welcher? Hast du glattachot ist zufälliger Ton und mit zugemacht und das hat jetzt kaputt gemacht die lampe der hat mitgemalt okay wurden hier unten alles klar da haben wir alles stoffelei und gefriertemperatur und damit ist eine maure und ich würde jetzt bestimmt mal vorschlagen selbst die pillen zu nehmen na gut eigentlich nicht unbedingt aber sollten es vielleicht nehmen eine maure ich wollte mal gucken was die maure macht die maure die maure schwer aufzuspüren schwäche wenn jemand in der nähe ist wird er nicht jagen wollen hat ein schönes gemalt also einmal pillen schlucken haben sie ja jetzt so notiz finden zeit gefunden und ektoplasma todesanzeige also ich bin ich ich muss fallen gelassen und es sagen wir gehen zuerst hoch oder ja das absurde irgendwo und die fast noch nicht habe ich aus den ich lesen kannst du wegklicken hochzeitstag 8 55 okay müssen wir uns merken also denke ich dass wir uns das merken muss ich die auch aufsammeln ich denke nicht du kannst du auch musst du nicht ich denke mit dem aufsammeln nein du musst du bloß lesen ach so wo seid ihr ich bin gerade in dem raum nochmal reingegangen ich komme zurück hier ach da so das salz brauchen wir uns entschuldige bitte warum trotzdem ist salz hier ist keins ich habe eins hier ich habe hier auch eins sehr schön fällt bloß mal eins natürlich wo auch sonst ab in den untergrund da kommen wir ja nicht weiter da kommen wir ja nicht weiter ok ok der möchte der mag kein licht hier ist irgendwas der raukarten die brauchen wir jetzt nicht dann können wir noch drüben im schlafzimmer gucken was rennst du schon wieder weg ja was rennst du die ganze zeit ja hier ist das letzte salz dann hebst du gut so und jetzt müssten wir die ohren stellen nun frag mich aber nicht welche du willst du nochmal nachlesen vielleicht oder ja wir können doch nochmal rausgehen wie gesagt 8 55 eine blöde zeit zum sterben den mann schaust auf vielleicht war es der schock von montag frivester ach so ähm stellen den todeszeitpunkt des geistes auf den hängenden ohren ein hängende ohren suchen wir jetzt die hängenden ohren das mal wieder oben gucken ja ja das hast du immer ich gucke hier rein dann gehe ich mal jetzt muss ich ja wirklich selber einstellen hier ist keine hier ist auch keine hier draußen eine wäre zwar albern aber 8 55 sagst du ja ich müsste da jetzt hin 55 ich dachte ich dachte okay 8 55 5 okay zum mit meißeln da ist keine drin nein also runter ich hoffe ich habe das jetzt richtig eingestellt hier ist keine ach müssen wir schon wieder hier runter wirklich wäre doch so langweilig wenn nicht eigentlich müsste man nicht in den raum rein müssen weil das ist hier ist noch einer dann stell mal ein also ich glaube ich müsste auch wieder drei sein oder so hier ist eine ja willst du hinter dir ich probiere's mal oh gott 18 55 macht noch ein zweiter 55 jetzt bisher bei 7 55 also fünf minuten vor widerlicher ton müsste jetzt eigentlich funktioniert haben trotzdem widerlicher ton kannst du gar nicht locker ausstellen ja es hat geklappt so schön ich gehe in koffer raum ich glaube ich habe es nicht oh